Hallo bei astroshop.de. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz simpel und mit wenig Zubehör Ihre Kamera an Ihr Teleskop anschließen können und somit erste schöne Astrofotos aufnehmen. Die einfachste Art, um an Himmelsaufnahmen zu kommen, ist die Verwendung eines Smartphone-Adapters. Sie legen Ihr Handy einfach in den Adapter ein und sorgen dafür, dass Ihr Handy seitlich und oben geklemmt ist, sodass es nicht mehr herausfallen kann. Dann nutzen Sie die Schelle des Smartphone-Adapters und stülpen diese über Ihr 1,25 Zoll Okular des Teleskops. Nun ziehen Sie die Schraube an und schaffen somit eine feste Verbindung zwischen Ihrem Handy und dem Teleskop. Das Einzige, was Sie jetzt noch machen müssen, ist dafür zu sorgen, dass sich die Kameralinse Ihres Handys direkt über der Linse des Okulars befindet. Und somit können Sie schon erste schöne Mondfotos schießen. Und das Gute daran ist, es funktioniert absolut mit jedem Teleskop, selbst dem günstigsten Einsteigermodell. Wenn Sie eine kleine, kompakte Kamera an Ihr Teleskop anschließen wollen, brauchen Sie dazu nur einen Universal-Kamera-Adapter. Dieser besitzt, ähnlich wie der Smartphone-Adapter, eine Art Schelle für die Klemmung am Okular und eine Plattform mit einer integrierten Fotogewindeschraube. Sie setzen jetzt einfach Ihre kleine, kompakte Kamera auf die Plattform und verbinden diese mit der Fotogewindeschraube. Nun schieben Sie die Klemme wieder über das 1,25 Zoll Okular Ihres Teleskops und schaffen so wieder eine feste Verbindung zwischen Kamera und Gerät. Nachdem Sie den Adapter an Ihrem Okular geklemmt haben, müssen Sie nur noch dafür sorgen, dass sich das Objektiv Ihrer Kamera direkt über dem Okular befindet. Und die Einstellung machen Sie mit einer horizontalen und einer vertikalen Feinbewegung. Das machen Sie so lange, bis Sie auf dem Live-Display Ihrer kleinen, kompakten Kamera das Okular-Gesichtsfeld sehen. Und zwar so lange, bis Sie keine Abschattung mehr sehen, sondern das Objekt richtig gut im Visier haben. Mit einem Okular projizieren Sie das Bild eines Himmelsobjekts direkt auf Ihre Kameraebene. Das Bild hat dann in der Regel mehrere Meter Brennweite und kleine Objekte werden dann ganz groß abgebildet. Das machen Sie vor allem dann, wenn Sie eine ausgewählte Region auf dem Mond fotografieren wollen oder auch bei Planeten. Wenn Sie mit einer Spiegelreflexkamera Okularprojektion betreiben möchten, brauchen Sie dazu nur diesen Projektionsadapter und ein 1,25 Zoll Okular, das Sie in den Adapter einschieben und mit der seitlichen Schraube klemmen. Später setzen Sie Ihre Kamera an den Adapter und schieben die komplette Konstruktion in den Okularauszug Ihres Teleskops. Der Projektionsadapter besitzt dazu auf der einen Seite einen 1,25 Zoll Steckanschluss und auf der anderen Seite für Ihre Kamera ein T2-Gewinde. Sie entfernen bei Ihrer Spiegelreflexkamera nun einfach das Objektiv und adaptieren stattdessen einen kameraspezifischen T2-Ring. Wir haben dazu eine Canon Spiegelreflexkamera genommen und ein Canon EOS T-Ring. Den schließen wir einfach an das Bajonett der Kamera an. Nun nehmen Sie den Projektionsadapter wieder zur Hand und schrauben diesen auf den T2-Ring auf. Die komplette Konstruktion stecken Sie danach in Ihren Okularauszug des Teleskops. Das Ganze fixieren Sie mit den Klemmschrauben an Ihrem Okularauszug. Nun können Sie mit dem Fotografieren loslegen. Wenn Sie jedoch kein Standard 1,25 Zoll Plössl Okular verwenden, sondern ein etwas dickeres 1,25 Zoll Okular haben, dann passt dieses nicht mehr in den zuvor gezeigten kleinen Adapter hinein. In dem Fall benötigen Sie einen 2 Zoll Projektionsadapter, in dem dieses Okular zum Beispiel ganz locker hineinpasst. Sie gehen prinzipiell genauso vor wie bei dem etwas dünneren Adapter, denn dieser Adapter hat auch hier ein T2 Gewinde, das Sie an Ihre Spiegelreflexkamera anschließen können. Sie können diesen Adapter jedoch nur dann verwenden, wenn Ihr Teleskop auch über einen 2 Zoll Okularauszug verfügt. Anstatt durch das Okular kann man auch durch den Primärfokus des Teleskops fotografieren. Dabei sind keine Okulare oder Objektive im Lichtweg. Sie benutzen dazu wieder Ihre Spiegelreflexkamera mit dem schon adaptierten T2 Ring und dazu einen sogenannten Fokaladapter, der auch über ein T2 Gewinde verfügt und den Sie auf den T2 Ring schrauben. Das Ganze stecken Sie dann in den Okularauszug Ihres Teleskops und damit fotografieren Sie mit der Eigenbrennweite des Teleskops den Himmel. Was ist der Vorteil? Sie haben dadurch ein wesentlich größeres Gesichtsfeld am Himmel und können damit zum Beispiel den kompletten Mond in das Gesichtsfeld bringen oder ausgedehnte Deep Sky Objekte, wenn es einmal um die Langzeitfotografie geht. Eine weitere Möglichkeit ist die sogenannte Webcamfotografie. Der Name stammt daher, dass sich früher viele Hobbyastronomen normale Webcams umbauten und für astronomische Zwecke nutzten. Heutzutage erinnern allerdings die Kameras nur noch wenig an damalige Webcams. Der Clou dabei ist, dass sie Planeten in sehr hoher Qualität aufnehmen können. Sie machen dadurch nicht nur ein einziges Bild wie mit den anderen Kameras, sondern eine ganze Reihe von Bildern, mehrere hundert oder sogar tausend Bilder. Diese verarbeiten Sie über eine Software zu einem Summenbild und dadurch erhalten Sie ein wesentlich qualitativ hochwertigeres und schärferes Bild. Der besondere Clou daran ist, dass Sie die Momente schlechter Luftruhe ausdrückten und nur die hochwertigen und scharfen Bilder hernehmen. Die meisten solcher Kameras haben bereits einen adaptierten 1,25 Zoll Adapter, den Sie direkt in Ihren Okularauszug stecken können. Wenn Sie allerdings Planeten fotografieren möchten, benötigen Sie dazu noch eine Balolinse mit dem Faktor 2-fach, 3-fach oder 5-fach. Sie erhalten dadurch mehrere Meter Brennweite und ein großes Planetenbild. Die Königsklasse der Astrofotografie sind gekühlte CCD-Kameras. Mit diesen betreiben Sie Langzeitfotografie und nehmen Deep-Sky Objekte wie zum Beispiel Galaxien auf. Allerdings ist diese Art von Kamera fast schon eher den Profi-Amateur-Astronomen vorbehalten. Wenn Sie ein Einsteiger sind, würde ich empfehlen, erst mal mit einer kleinen Digicam anzufangen oder mit einer Planetenkamera, mit den Webcam-Planeten-Kameras und sich dann einfach zu steigern, zum Beispiel in Richtung Spiegelreflexkameras. Und wenn Sie ausreichende Erfahrungen darin gesammelt haben, dann ist der letzte Schritt gekühlte CCD-Kameras, mit denen dann wirklich ganz tolle ästhetische Aufnahmen möglich sind.